Ich möchte euch hier das Drückjagdglas 1-4x24 der Firma Sutter vorstellen. Für meine halbautomatische KK-Büchse, die Baikal MP161K, habe ich ein kompaktes Zielfernrohr für kürzere Entfernungen gesucht. Ich nutze diese Waffe ja primär für dynamisches Disziplin, für Klinken. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Präzision auf 50 Meter. Also reichen mir kürzere Entfernungen. Da eine KK-Büchse einen eher geringen Rückstoß aufweist und auch der Prellschlag des Verschlusses der Selbstladebüchse eher gering ist, habe ich mich für ein günstigeres Glas entschieden. Relativ gute Erfahrungen habe ich bislang hier mit dem Anbieter Sutter Jagd und Sport schießen und seinen Produkten gemacht. Trotz einer UVP von 199 Euro steht das kompakte Drückjagdglas aus der Sutter Premium Serie derzeit zu einem Preis von 149 Euro zuzüglich Versandkosten im virtuellen Verkaufsregat. Diesen Preis habe ich zum Anlass genommen, das Glas zu bestellen und zu testen. Die technischen Daten gleich vorneweg. Vergrößerung 1 bis 4 mal 24. Leuchtabsehen mit 11 Helligkeitsstufen. Wir haben ein Mittelrohr von 30 Millimeter. Das Absehen ist ein beleuchtetes Ringkornabsehen. Die Montagen sind inklusive, wahlweise für 11 Millimeter Prismen oder 19 bis 22 Millimeter Profilschienen. Die Rohrwandstärke beträgt 3 Millimeter und das Gesamtgewicht inklusive der mitgelieferten Ringe rund über 530 Gramm. Eingeschossen habe ich das Glas auf 25 Meter. Da das Einschießen schon ein wenig länger her ist, sorry Leute, habe ich leider die Scheibe nicht mehr. Ich habe sie gerade beim Aufräumen des Kellers entsorgt. Die Treffergruppe bewegte sich aber in einem Bereich kleiner einer 1 Euro Münze. Hier sei aber auch gesagt, ich bin kein geübter Langwaffenschütze und kann damit nicht als Referenz für die Präzision gelten. Die Optik ist klar und lichtstark. Das Absehen und das Ringkorn ist gut dimensioniert. Auch für kürzere Entfernung kleiner 10 Meter. Durch den fein einstellbaren Dioptrinausgleich ist die Schärfe sehr gut einstellbar. Der Vierfachzoom lässt sich auch stufenlos einstellen. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ist es zu einem günstigen Preis ein brauchbares Glas. Wie bei vielen anderen Produkten auch, geht es immer höher, teurer weiter. Wenn man sich aber bewusst ist, dass wir hier nicht über ein Schmidt & Bender, Zeiss oder wie auch immer sprechen, sondern über ein relativ günstiges Glas, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was man hier für sein Geld bekommt, eigentlich in Ordnung, wenn ich jetzt nicht unbedingt die höchsten Ansprüche stelle. Wir haben hier oben den Turm für das Leuchtabsehen zum Einstellen in 11 Helligkeitsstufen. Wir haben rechts und oben hinter einer entsprechenden Alukappe, die aufgeschraubt wird, haben wir die Höhen- und die Seitenverstellung. Die Klicks sind gut spürbar, könnten vielleicht ein bisschen strammer sein, aber ich sage mal für eine KK-Büchse absolut ausreichend. Hier hinten haben wir einen sehr fein einstellbaren Dioptrinausgleich, der eine sehr, sehr klare und scharfe Optik gewährleistet. Und hier stufenlos einstellbar die Verstellung von 1-fach bis 4-facher Vergrößerung. Ich poste euch hier ein paar Bilder von dem Absehen, das ich gemacht habe, in den einzelnen Zoomstufen von einem Haus etwa 200 Meter Luftlinie entfernt, dass ihr in etwa einen Eindruck davon bekommt, wie der Zoom-Faktor hierbei ist. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auf einem verhältnismäßig dunkel beleuchteten Stand des Glas eingeschossen, wie gesagt auf 25 Meter. Die Optik ist klar und deutlich. Sie ist sehr lichtstark. Ich konnte also problemlos auch auf diesem relativ dunklen Stand die Scheibe erkennen. Ich selber bin, wie auch bereits erwähnt, kein versierter Langwaffenschütze und kann somit jetzt nicht unbedingt für die tatsächliche Präzision sprechen. Für meinen Bedarf, sage ich aber ganz ehrlich, reicht es im Großen und Ganzen eigentlich aus. Das ist das Sutter 1-4x24 Drückjagdglas zu einem Preis derzeit von 149 Euro. Link zu dem Produkt poste ich euch unten. Es werden weitere Videos auf jeden Fall folgen, auch nochmal vom Schießen hiermit. sobald die Stände auch wieder offen haben und ich auch dazu komme. In diesem Sinn, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.